Sind Granatmunition genau? Was weiß ich, wenn ich A und B verbinde? Nun, okay. Das werden wir wohl niemals herausfinden. Muhahaha. So. Rein damit. Ich weiß, Spieler spielen nicht gut, aber ich kann es auch nicht. Ich weiß, ich kenne es auch nicht. So wie jeden Resident Evil-Teil breche ich mir am Anfang immer einen ab. Und Tomb Raider. Eigentlich jedes Spiel, glaube ich. NIEMALS! So, ich weiß allerdings ungefähr, was mich hier jetzt erwartet, deswegen... Halb so wild, halb so wild. Hier kann das Viech jetzt nicht rein, ne? Hier habe ich meine Ruhe, komischerweise. Vielleicht erinnern die Beweise an irgendwas aus seiner Vergangenheit. Was ihn belastet. So, gehen wir mal hier rum. Hier rum. Ist aber auch geil. Der erscheint immer dann, wenn ich nicht sehe, dass der erscheint. Sehr interessant. Weil ich will ja auch nur meine Karte haben und die liegt in der Kiste. Das heißt, die dürfen mich gar nicht mehr verfolgen, der Sack. Man hat auf jeden Fall aber schon erkannt, äh, es hat sich hier einiges geändert, gegenüber dem, unserem letzten Durchgang hier in der Stadt. So, wir werden auf jeden Fall nochmal unsere Pistole kurz mal nachladen. Das ist wichtig. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört, was mir nicht gefällt. Ich stoppe mal kurz, weil ich nicht weiß, das mit dem Feuer, ob das jetzt wirklich ein... Weitere Weg ist, ob es der gleiche Weg hier noch ist. Keine Hunde, keine Hunde. Ja! Ja! Ah, dankeschön. Jetzt hat sie den Dietrich nicht weggeschmissen. Ich werd' wahnsinnig. Ach, kann ja nicht sein. Das ist unglaublich, ey. Vorsichtig. Mal kurz gucken. Okay, die visiert noch nichts an. Das find ich erstmal gut. Da ist was zum anvisieren. Holy shit! Ist das ne Spinne gewesen? Nö, ich hab noch nix zum Gift heilen. M-m. M-m. Will ich nicht. Ich brauch blaue Kräuter. Ähm... Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Gehen wir erstmal hier. Hier haben wir schon mal was. Ein Hydrant. A Firehose. Ist das ein Schlauch? Das heißt, da brauch ich irgendwas, um die Bolzen zu entfernen. Der ist nämlich da fixiert. Ähm... Da liegt was drum. Was ist das? Ah! Blaue Kräuter. Gerade davon gesprochen. Okay. Jep. Also kommen. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Na komm gleich spinnen. Bei den vergangenen Teilen war es immer ganz geil. Weil man konnte den immer ganz gut aus dem Weg gehen. Aber wie es hier wird... Puh. 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 Ich will keine Hunde. Wirklich nicht. Lass euch auch in Ruhe. Ey. Psh. G-G-Zug. Gah. Erstmal einen Blick auf die Karte werfen. Was hab ich da gerade verpasst? Eigentlich nichts. Okay. Aber hier sind auch Hunde. Komm. Verreckt doch einfach bitte. Okay, der ist schon mal tot. Kurz gucken. Wie sieht's aus? Ich hab noch vier Schuss. So, dankeschön. Ich glaub, wenn die nämlich nah dran sind, mach ich ein bisschen mehr Schaden und dann muss ich die nicht so häufig treffen. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht. Okay, es sieht so aus, als würde die Batterie aufgeladen werden. Huh! Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Soll ich das tun? Okay. Äh? Was? Okay, nichts Verdächtiges. Schön, schön. Ähm... Ja. Nö? Ist doch die Tür hier. Okay, es gibt keine Energie da zuvor. Energieniveau kritisch. Also noch mehr blaue Pflanzen. Ach, die kann ich einfach benutzen. Das ist ja mal geil. Die sind ja einfach... Dann brauch ich die nicht so verschwenden. Friss die trotzdem, mein Gott. Ich esse jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Kenn ich gar nicht dieses Gefühl. Sei nicht mal richtig pappesatt. Ah, Safe Room. Ah, Kiste. Ah, ich mag diese Musik. Ja, und Munition. Oh, sogar 30 direkt. Schön. Geil. Gefällt mir. Achso, ja, ist okay. Oh, ist das schön. Oh, schau ich euch das an. Ich darf Sachen loswerden. Ähm, achso. Ja, das können wir vielleicht mal direkt machen. Ähm, mal gucken, ob das so ohne weiteres geht. Äh, geht nicht. Da brauchen wir mal den grünen als... Als Basis. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja, speichern können wir trotzdem mal, wenn es hier sowieso wieder welche gibt, ne? Dann packe ich erstmal den Dietrich weg, dann packe ich die roten weg, dann packe ich das blaue weg. Das Kabel lasse ich erstmal dabei. Ähm. Ja, den können wir dann direkt auch noch mit aufnehmen. Ja, komm. Also, ich glaube, Speichermöglichkeiten... Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt dann im weiteren Vorgehen, wie viele Farbänder ich da finden werde. Aber es sieht erstmal so aus, als gäbe es hier mehr als genug Möglichkeiten zum Speichern. Weil es auf jeden Fall sehr komfortabel geht. Parking Loat. So. Dann schmeißen wir dich direkt wieder zurück. Zack. Wie viele Items ich schon gefunden habe, ne? Unglaublich. Ich habe doch echt Lack geschaffen, oder? Was fällt euch eigentlich ein? Ohne Scheiß. Ja, die ist schon direkt wieder verletzt, ne? Hört nix aus, die Frau. Zwei mal angesprungen worden von nem... Ui! Von nem Hund. Ah, guck mal, hier ist die Karte. Schön. Downtown Map. Nehmen wir natürlich mit, klar. Oh, ein Restaurant. Lecker. Was ist das? Okay. Ein paar Pläne. Wahrscheinlich nicht so clever, ne? Was ist los mit dir, Jun? Das ist ja mehr als... Mehr als einer. Das mit dem Ausweichen ist eigentlich... Das klappt eigentlich überraschend gut. Okay, ich muss aber trotzdem mal... Wow. Einmal nachladen, glaube ich, ne? Genau. Wow. Ich bin wirklich überrascht. Och, guck mal. Mir auch nicht mal mit. Okay, sein Ausdruck zeigt einfach nur... Ähm... Entschuldigung. Wie heißt denn? Insane. Also nicht wahnsinnig, sondern... Irgendwas bla 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 los. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Wort heißt. Aber egal. Äh, wahnsinnige Angst und Schmerz. Zeigt seinen Ausdruck. Ah, gut. Ich darf mich noch etwas schneller bewegen. Von wo kam ich jetzt noch mal? Ich weiß nicht mehr so genau. Ah, okay. Hier waren die Pläne. Genau. Ach. Gehen wir mal hier lang, ne? Warum nicht? Also es gibt hier bestimmt noch irgendwas, was ich hier machen kann, aber... Ich bin immer meistens, äh, ein bisschen übermütig, wenn ich gerade gespeichert habe. Und dann denke ich, ach, mein Gott, dann lädt sie halt neu. Mein Gott. Geht ja nix kaputt, ne? Also Hauptsache, die Viecher sind nicht gerespawnt. Äh, nachladen könnte ich trotzdem mal. Genau. Gucken wir hier rein. Nein, gucken wir nicht. Du musst doch noch mehr für mich haben. Geizkragen. Gehen wir jetzt mal hoch. Vielleicht werden wir das Kabel schon mal los. Äh. Aha. Aber die hat bestimmt auch wieder keine Energie, ne? Oh, Alter! Chill. Machen wir nicht wahnsinnig. Ah, eine Batterie muss da rein. Ach so. Alles klar. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Kabel? Ich habe keine Ahnung. Muss ich überhaupt alle Gegenstände benutzen? Oder gibt es auch welche, die ich einfach finden kann und, ja, kann ich mir ins Regal stellen? Ich habe jetzt einen Edelstein, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll bisher. Gudidrich Starkard konnte ich zumindest mal verwenden. Habe ich immer noch. Das Kabel. Irgendwann kann ich noch mit dem Feuerwehrschlauch machen. Ich gehe einfach mal da rein, ne? Oh Gott, okay. Das ist zu schmal, da komme ich leider nicht dran vorbei. Na, jetzt habe ich aber folgendes. Na, schade. Nummer eins. Nummer zwei. Und. Nummer drei. Zack. Ja, mit der Shotgun nach oben zielen, sorgt für den Kopfschuss, sorgt für direkten Tod. Kann also durchaus helfen. Und vor allem für Ruhe hier. So, ich glaube, da war noch einer, ne? Noch ein paar vielleicht hier, ne? Oh, keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade bin, um ehrlich zu sein. Oh, das ist ein Safe Room. Mhm, 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 mhm. Gas Station Trolley. Alter, das sind jetzt alles Sachen, wo ich noch hin muss? Okay, von da kam ich, richtig? Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Sagen wir, wir gehen erstmal hier rein, genau. Wollen wir mal, dass wir im Safe Room irgendwie mal so ein bisschen was finden. Ist hier was Interessantes für mich? Guck mal, hier ist eine Kurbel. Take the worsted crank. Boah. Wofür denn? Ich habe keine Ahnung. Hö, hö, hö. Echt? Und Schocker Munition. Ach, guck mal. Nice. Können wir nachladen, schön. Zack. Oh, die hat hier auch nochmal, zack. Äh, speichern will ich jetzt eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, weil ich habe ja eigentlich noch nichts gerissen. So. Ja, dat packen wir mal. Weg, dat packen wir mal weg. Heilung, ne, ach, brauche ich nicht. Wir brauchen schon Heilung. Gut, wenn drei Hunde kommen, bin ich eh wieder Geschichte, aber ist ja egal. Ne, das ist nämlich auch der Plan. Also wenn ich jetzt natürlich noch großartig was finde, super. Ansonsten wäre es nämlich blöd. Äh, das ist jetzt aber wieder ein anderer Weg, den ich jetzt hier gerade gehe, ne? Komm, wir gehen jetzt mal ins Restaurant. Da müsste eigentlich irgendwas Tolles für mich sein. Überhaupt jetzt einfach mal. Äh, müssen wir dann hier lang, ne? Genau. Hier noch irgendwas... Nicht ein Schlauch, nichts Besonderes. Immer noch nichts Besonderes. Okay. Okay. Oh, jetzt hätte ich hier... Ich hole mal gerade meinen Dietrich. Scheiße. Ach, Mann, ey. Wie schlecht. Und nochmal zurück. Und die Zombies leben alle wieder. Ich nehme erstmal meine, äh, Pistole wieder in die Hand, bevor da irgendwas passiert. Ja, ich... Das Schlimme ist, ich muss echt nur einfach mir überhaupt mal merken, was für Gegenstände ich alles dabei, oder was ich überhaupt noch alles in der Kiste habe, ne? Weil irgendwann brauche ich wahrscheinlich eine Kurbel und ich habe so viel noch im Hinterkopf, was ich noch benutzen könnte, potenziell. Da ist ja wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Spiel, weil ich denke, ach ja, du hast ja schon vor drei Tagen eine gefunden. Das kann interessant werden. Dann habe ich den Powerkabel, ich habe den Edelstein, ich habe die Karte, ich habe den Dietrich, ich habe eine Kurbel. Ich brauche aber eigentlich was zum Bolzen entfernen und ich brauche eigentlich was, also eine Batterie halt, ne? Achso. Ne, das war doch richtig. Von daher bin ich jetzt extremst verwirrt. Aber wird schon schief gehen, ich bin zuversichtlich. Hust, hust. Irgendwie auf jeden Fall. So, mach fertig. Ja, klar. Und? Ah! Haha, Firehook. Vielleicht mit dem Feuerwehrschlauch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum ist das No-Smokey durchgestrichen? Schön. Oh. Heißer Dampf. Ich möchte jetzt nichts bekämpfen, was hier so eng... heavy-looking cover. There's a hole to hook and something into it, okay. Ja, ne, dann würde ich sagen... Du gehst an die Umbrellas-Armee? Ja. Wir kamen all den Weg raus hier, um euch Zivillen zu retten. Aber die Mission ging schlecht, bis wir landeten. Warte! Wie hat er mich gefunden? Ach so, ach du heilige Kacke. Also, das darf ich nicht. Ich, äh, gehe in den Keller. Wenn der Küche sich zu verstecken macht, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, ne? Aber es wäre ja total ätzend, wenn ich irgendwas noch nicht hätte aufnehmen können oder so, ne? Äh.